Dann ist das mal weg und dann kann ich wieder hier... Nein! Hey ho meine fluffigen Freunde da draußen! Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fluffy Friends! Wir haben 16 Level geschafft in der ersten Folge. Mal gucken wie viele wir diesmal schaffen. Vielen Dank für deine Bewertung und für euer Kommentar da draußen. Und wir legen jetzt direkt los hier. Das habe ich schon mal gespielt gehabt, deswegen ist es schon so. Und ich weiß ungefähr, um was es hier geht. Also wie gesagt, ungefähr. Deswegen probiere ich jetzt folgendes. So, und dann muss ich es so machen, weil sonst sind die Dinger da. Und dann machen wir das so. So. Äh, 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 stopp, nein! So. Und jetzt, was? Nein! Stopp. Moment. Wir machen das so. Dass wir dieses Teil hier so machen. Und dann so. Okay, gut. Weil dieses Teil dreht sich. Achtung. Und jetzt haben wir zwei solche Dinger. Deswegen machen wir es jetzt folgendermaßen. Hier so. Wupp. Und wupp. Na? Äh. Okay. Ah! Das scheint nicht zu funktionieren, Freunde! Oh, wartet. Was ist, wenn ich jetzt... Oh, oh. Immer so ganz langsam, weil hier kann ich nicht malen bei dem Baumstamm. Ja. Geht er drauf? Ja. Nein. So. Ja. Oh! 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 Äh. Ups. Wow, wartet, Leute. So. Das haben wir jetzt eingefangen. Okay. Äh. Das nicht. Aber wir können vielleicht... Äh. Hier. Ich will, dass das da runterfällt. Oh! Oh! Okay, gut. Das haben wir schon mal geschafft. So. Und jetzt? Uuuui. Ja! Das war bombastisch, Freunde. Jetzt können wir nämlich hingehen. Und... Ja. Nein. Ja. Oh Gott. Oh Gott, war das geil. Oh Gott, Leute. Das war der Wahnsinn, wie ich das geschafft... Oh, oh. Okay. Ähm. Machen wir es erst mal so. Und dann... Uuuu. So. Los. Fahr. Fahr. Ja. Wie? Fahr. Ich meine, lauf eigentlich. Äh. Ups. Äh. So. Uh. Jetzt bin ich aus dem Spiel getappt. Mist. Egal. Alles gut. So. Hä? Das ist ja einfach. Wow! Äh. Habe ich gesagt, das ist einfach? So. Machen wir das jetzt. Und jetzt? Achtung. Freunde. Wow! Äh. Okay. Moment. Wir machen das Ganze so. Nein. Äh. Hier kann ich nicht malen. Mist. Okay. Machen wir mal so. Miau. Okay. Und dann machen wir es so. Hahaha. Okay. Das war doch einfach. Hä? Geh doch weiter. Ich kann mich nicht weiter bewegen. Hä? Leute. Warum kann man sich nicht mehr in die Richtung hier bewegen? Okay. Dann machen wir es so. 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 Das Spielchen kennen wir ja. Uuuu. Uuuu. Komm zu Papa. Ja. Nice. Äh. Das ist ja einfach. Äh. Ups. Ist nicht einfach. Doch. Ist einfach. Man muss hier nur das Ding hier richtig inbauen. So. 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 Ui. Yay. Ähm. Okay. So. Ups. So. Dann sind wir mal da. Halt. Was? Ich kann mich nicht. Alter. Ich bin gesperrt. Ich kann mich nur in eine Richtung bewegen. Äh. Leute. Das ist böse. Äh. Aber. Ich habe eine Idee. Hä? Wie soll das gehen? Oh Gott. Es wird immer schwieriger. Ich kann mich nur in eine Richtung bewegen. Äh. Ups. So. 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 Und dann. Wupp. Hui. Nein. So. Ja. 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 Es wird so. Oh. Fuck. Äh. Nein. Hä? Wie soll denn das gehen? Warte mal. Macht mal. Das ist vielleicht so. Ja. Ja. Und von hier. So eine Art Rutschbahn. Machen wir das jetzt so. Ja. Nein. Wir schieben den runter. Das war voll die gute Idee mit der Rutschbahn, Leute. Nicht lachen. So. Nein. Mist. So. Mist. Warum? So. Jetzt. Hier hoch. Und dann erstmal hier hin. So. Komm schon. Hier. Hui. Katapult. Miau. Mist. Katapult. Alter. Okay. Das Level ist sauschwierig. Ich bin da jetzt ein bisschen überfordert. Aber so kommen wir auf jeden Fall hoch. So. Und dann macht man das Ganze so. Ah. Mist. Man macht es doch nicht so. Tschüss. Alter. Ich kann mich halt nicht in die eine. Ich kann mich nur in die Richtung bewegen hier. Das ist das Dumme. Ähm. So. Und dann. Vielleicht. So. Ups. So. Nein. So. Guck mal. Wenn ich den jetzt. Ja. Ah. Ich ziehe den jetzt da rüber. Oh Gott. Sauschwieriges Level. Alter. Ja. Genau so. Ups. Äh. Ja. Ja. Genau das war mein Plan. Weiter. Rutsch. Rutsch weiter. Oh. 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 Äh. So. Ja. Oh Gott. Äh. Nein. Stopp. 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 Okay. Das war schon mal gut. Oder? So. Und jetzt machen wir folgendes. So. Nein. Mist. Das war zu lang. Äh. Moment. Oh oh. So. Dann ist das mal weg. Und dann kann ich wieder hier. Nein. Oh Gott. So. Machen wir wieder nochmal hier das da. So. Ähm. Mist. So eher. Ja. Und jetzt wieder das da. Hier. Genau. Beweg dich in die Richtung. Hier. Ja. 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 Uch. Hier. 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 Komm. 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 Weiter. Putt. 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 Bleib so. Genau. Oh Gott. Leute. Äh. Und dann das da. So. Und so. Nein. Oh doch. War okay. Nein. Mist. Mist. Jetzt ist der kleine Fettzack da oben eingesperrt. Ja. So befreien wir ihn. Genau. Gut. Hui. Komm. Nein. Ey. Das ist sauschwierig. Heilige Mutter Gottes. Aber. Ich hab ja den Plan. Der Pläne. So. Zack. Das haben wir ja. So. Wupp. Beweg dich da rüber. Los. Los. Basti. Beweg dich doch. Oh Gott. Schieb das mal irgendwie zur Seite. Oh. Beweg dich doch jetzt da hin. Danke dir. Oh oh. So. Und jetzt machen wir mal wieder folgendes. Das da. Dass ich mich da rüber bewegen kann. Hui. Hui. Äh. Geil. Nein. Äh. Mist. So. Alter. Ich übertreib immer. So. Eigentlich ist es so. Eigentlich perfekt. Nein. Ups. So. 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 Oh oh. Ähm. Nein. So. Jetzt rollen wir den erstmal da rüber. Da musst du hin rollen. Roll doch da rüber. Ach. Roll das mal weg. So. Genau. Ne. Eigentlich nicht. Genau so. Oh ja. Nein. Ja. Oh Gott. So. Und jetzt. Achtung. Alle Achtung. Ja. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Nein. 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 Okay. Wir machen dann folgendes. So. Hier. Machen wir erstmal so einen Ball. Oh. So. Ein paar Bälle. Die dann hier als Stütze fungieren. So. Vielleicht. Dann machen wir wieder hier das Ding. So hin. Genau. Ja. Perfekt. Alter. Das ist perfekt. So. Und jetzt. So. So. Und so. Und zack. Hui. Komm schon. Beweg dich doch. Was ist denn da los? Oh Mann. Wartet mal. Alter. Das gibt es doch nicht. So ist es eigentlich perfekt. So. Und dann. So. So. Warum kippt es um? Egal. Es reicht. Ups. Ja. Perfekt. Komm. Alter. Ah. So. Komm. Genau. Beweg dich weiter. Darüber. Beweg dich. Beweg dich doch. Oh Mann. Komm. Ja. 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 Genau so. Oh. Wie geil. So. Und dann machen wir hier das da. Jawohl. Okay. Das hätten wir. Jetzt müssen wir nur noch den Lümmel da irgendwie gescheit runterbringen. So. So. Äh. Moment. Leute. Ich hab's gleich. Wupp. So. Jawohl. Er kommt. Er kommt weiter. Nein. Ich wollte da eine Rampe bauen für den. Ah. Los. Mach irgendwas. Oh Mann. Ähm. Wartet. So. Ah Mann. Muss doch nur da rüber kommen. Mann. Gibt's doch nicht. So. Genau so will ich das haben. Und dann. Äh. So. Nein. So. Nein. So. So eigentlich. Nein. Oh ne. Ich will da so eine Verkeilung hin machen. So. Nein. Ich will nicht, dass der da runter fliegt. Aber. So. Achtung. Zack. Ups. So. Oh. Es ist alles weg. Alter. Was ist wenn man. Oh. Okay. So kann ich mich auf jeden Fall runterschieben. Na. Ähm. So. Fall ich selbst runter. So. Okay. Und jetzt. Ja. Ja. Weiter bitte. Ja. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Äh. So bitte. Huiuiuiui. Hallo. So. Macht wieder weg. Ja. Ja. Perfekt. 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 Okay. Ziel ist es jetzt. Nein. Ziel ist es. Nein. Genau so was hier zu machen. Aber das Ding ist jetzt. Moment mal. Ja. Das bricht ein. Deswegen machen wir es so. Nein. Ach. Jetzt muss ich hier hin. Um das wieder wegzukriegen irgendwie. Oh Mann. Heilige Mutter Gottes. So. Ups. Ja. Huiuiui. Perfekt. Genau haltest du mal dagegen mein Freund. Ja. Oh Gott. Komm. Das muss jetzt doch irgendwie klappen. Nein. Aber so. Ja. Heilige Scheiße. Ja. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Leute. Was war das? Was war das? Mann. Huh. Lol. Achso. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Leute. Dann war es das mit dieser Folge. Ey. Ohne Witz. Das ist der Wahnsinn. Wie kompliziert das ist. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Untertitelung. BR 2018